das ist eine rüstung und so repariert ja okay der tränke aufgefüllt hat ja noch heilen können und sonne ja habe ich vergessen 85 ist mein tank noch aktiv nehmen wir denn schwaches schwaches elixier schatten wieder stand sah ich ein schwaches elixier immer weg wenn man es vielleicht irgendwann mal hinsetzen irgendwie stärker trinken herstellen aber durch die tür da gerade durchgedacht ja wir sind auch welche blutblasen noch mehr eis nein ich wollte nicht daraus holen nein ja ich habe schon gesehen aber ich bin zu schnell wäre zu langsam ja was er betreut da blutblase und so nein okay was das okay mhm 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 wir haben ja ein paar vermächtigte sachen und bei mich schon gestorben was denn jahren geht auf mich ja 82 ja was aus daher blut ich kann nicht aufgeben und wir haben ja da kamen noch von hier und das hat ihr akans griffen 1 noch einer folgt du denkst du den norman da gott warum irgendwann explodiert gerade der feuer gehabt der typ der fängnis von kaldeon war ja noch glaube ich weiß ja nicht auf level 36 habe das 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 hmm 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 kopfballen hast du vorher hoffentlich nicht hm 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 okay stand gar nicht da wollte die türe da hat mich letztens betötet ich habe den schild machen wir da irgendwie so weit wenn wir tränke herstellen kann sein archiv mensch oder so viel zufrieden und gegner sagen irgendwo legen zu beiden gerade gesehen ja nicht aber leben ja dann packe deinem blutigen stein da rein das war einfach die schwierigkeit in diesem spiel 35 haben wir voll probleme jetzt wieder 31 ich würde gar nicht drängen warum er herr so schwein aber da jetzt greifen die dinge an so blasen warum ist nach unten schon eine gewesen ich habe es war keine falle wenn wir außerhalb von der reichweite dieser blasen sind wir aber nicht getroffen wir sehen wie eine so richtig geworden ist und explodiert ist aber ich habe gerade gesagt gerade gesagt sie trifft eigentlich wenn man so weit entfernt ist und ich habe dort den einen der gerade am explodieren ist auch angezogen okay hallo Oh, 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 oh Hey, oh so bist du ein vampire fürs anzeigen irgendwie angreifen für uns jetzt einen taglose benutzen dafür wollte ich eine leiche auf der seite hier kann man vielleicht noch einen von den schickern das war die wir darauf haben wo heißt was ist hier schon wieder los Ah Okay Oh Was? Jetzt mal auf mich Ich bin auf den zugestimmten Der ist einfach weg Ich hatte vor zu fliehen Im Stich zu lassen Einmal zu decken Er wird mich bald holen Jetzt rede ich nach Laufen und tot Oh gut Ich hab schon alles voll So Bei dem Boss Ja Pilotbischof Ich hab gedacht Du meinst das sarkastisch Man hat ja Bestimmt immer fast bei dem Oh ja Ich kann mich erinnern Ja da ist irgendwie das Problem Wir haben bestimmt Ja Auch blut blasen Der linken seite Ein kurzer vor zu explodieren Glaube ich Oder auch nicht Und wir explodieren nämlich Ich Worte gemacht Gut gemacht Themen Haben wir voll gut gemacht Ja Irgendwann länger wäre Da sehe ich ja gerade Ja Warten Warten Ob ich meine zweite Grüfe auf level 15 Nesse Hier ist die level 11 Ja Bei mir auch 12 Keine ahnung 12 So Ja Nur müsst ihr bekommen Und verschäbt Schon wieder Oh ich hab ein einziger Ding gekriegt Oh nice Ja aber das ist schon wieder Soll ich damit jetzt bitte Fähigkeit die bringt mir überhaupt nichts Ich hab nur die gleichen Leichen Dinger ihr bekommen Der ring der meine Fähigkeiten von alleine Trigger wieder Blätter erwecken Leichen explosion Leichen ranken Das hat nicht gut Ich benutze nur die leichen Ranken Leichen explosion benutzt Skelette erwecken Das weiß ich nicht Also tut sie dann auch Tut sie auch die ganzen Ressourcen dafür haben benutzen Oder Nimm ich mal ein schon Ne Das macht er halt dann automatisch Nach einer Fähigkeiten Ja wenn die automatisch angewendet werden Aber du voraus Verbrauchst dafür nichts Wäre ja nicht schlecht Eigentlich Glaube ich nicht dazu ist da Also dann benutze ich Keine leichen explosion Und das ist irgendwie blöd Wenn ich nicht weiß wann der leichen Ja Er hat ja auch ein cooldown Ich habe noch eine bestimmte Anzahl von diesen Rüstungsgängern Ich will voll auf angriff gehen man Ja Ich will voll auf angriff gehen man Ja Ich meine jetzt geschickt Ich werde da kommen Zeit zum recyceln So viel länger die ich recyceln kann Ich kriege noch 35 anstatt Nehmat dazwischen immer noch 35 über 36 Kann ich ja von cool an die haben wir gemacht So ich habe ein besseres schlangen lässt jetzt 35 Buchstaben Ja komm Und erst Ok Ich habe gemacht Hier die senke des elends haben wir schon senke der verderbnis haben wir da nicht verdammt ich mache das gewöhnliche zu etwas besonderer okay ich habe nur 35 jetzt und 1 36 außer der gang des champions ich habe 95 lang ist niedrig so was ich habe verstärkt ihr ledigen monster blutung schaden distanz verteilt auch ein trankbrecher gefängnis von kalium hat aber glaube ich nicht oder naja mal nicht weil ich weiß ich habe ich kann das machen tränke tränke ich bin ich mit der regel jetzt schon tränke herstellen ja gucken wir das ja was hat material da muss er tränken aus mixiere herstellen ganzen klamotten die war ja ein räucherwerk herstellen wo sie nicht man für alle spielern die geschicklichkeit um 25 sind nämlich an so sachen die du im kampf irgendwie verwenden kann für alle spieler in der nähe die stärkung 25 wird den erfahrungsgewinn um fünf prozent ich nehme an das muss ja irgendwo platzieren zu einsetzen er hält nur 20 minuten also die tränke nur da sind gerüche für die ganzen tränke die gelten nur für dich und dazu aber gleich jeweils einen trank benutzen also ich tue erstmal hier die ich habe hier verballern meine ganzen schwachen elixiere natürlich dann irgendwann war ja nicht stimmt irgendeinen den ich immer wieder herstellen kann also der ausreich chancen überzeugt damit dann gibt es ja noch diese diese komischen haupte dann gibt es ja noch diese diese komischen häuser da alles plus fünf bringen tafel anhangspunkt da wäre sie auch noch nicht alle 1 habe ich glaube ich noch schon seit ewigkeiten die ganzen dinger da kann man zur tafel auswahl gehen aber warte mal einen moment an der ok hier kann man sich mal die anderen dinge anschauen ich glaube wir müssen unsere bild irgendwann mal wieder ändern ich habe gerade was hast du schon mal einen von diesen tafel anhaltspunkten da angeklickt ich weiß nicht wovon du willst diese diese dinger diese diese tafel anhangspunkte diese häuser aber gerade gesagt hat wenn er darauf klickt dann kannst du noch ein brett daran an dran hängen also wir kannst ja noch mal so eine tafel daran hängen oh mein gott kein wunder warum wir doch kacke sind ich will nicht darüber reden oh mein gott dann sind da sind noch glüfen sockel die war packen können oh mein kater voller game changer ich habe mich schon gewundert ich habe auch wenn ich unter bild gucke warum da einige ich glaube ich muss mein ganzes brett irgendwann noch mal hier rückerstatten habe ich schon gewonnen ich habe mich schon gewonnen weil wir kamen nur so viele level ups vor uns da und das sieht auch das wird irgendwie als wenn wir hier fast alle irgendwie alle aktivieren können dann kommt mir irgendwie so wenig vorher nicht mehr hat ja kein bild mehr irgendwie wenn man irgendwie alle aktivieren könnte oh mein gott für ein brett will ich denn und ich habe schon alle drei aktiviert das heißt ich könnte schon ich könnte mir drei bretter dran welche tafel will ich denn was denn hier noch cool ist dabei ich muss was trinken glaube ich muss meine gummibärchen gleich auch machen wir haben uns das gilt ja irgendwie schon ich habe ja jetzt natürlich die frage war vom brett will ich jetzt noch haben ja ja und da drunten sie ist ja die ganzen seltenen knoten auch noch eine war ein bisschen das erste da war natürlich ein bisschen einfacher habe ich auch noch besser kann modus gelesen und war einfach auszuwählen hast du noch glüfen sockel die kannst du auch noch reinpacken ich habe mich schon gewundert warum nicht hier waren wir so kacke sind ja das auch ich du jetzt nicht mein ganzes bilder nicht gewundert bei den ganzen bildern die ich da gesehen habe natürlich das schon mal aktivieren weil sie nicht nächste woche werde ich dann wahrscheinlich hier schon alles umgendert haben jetzt kann bock mich jetzt ja da ist auszusuchen und so man macht mir das schaden sind aber irgendwie nicht so an die ganzen anderen sachen sind irgendwie mich für mich nicht so interessant wenn ich ganz ehrlich bin blutung schaden und 15 prozent töten als blutenden gegner bestehen eine chance man sind dann gegner blutend ja schaden ist noch ein schaden spot zu mir sehr kam oder so wird immer das blutrausch da war dann drauf packen aber nicht naja wir packen da hin da muss ich mir ja wieder überlegen wo ich hin muss und so dass ich krieg mehr stärke jetzt mehr stärke für mich mehr heilung ich tränke schaden werden besser kam es also coole sachen hier da wird anhängen warum drei tafeln da ist man kann potenziell alle sieben dinger die man hat so daran hängen und so alle sieben tafeln wenn man es so möchte natürlich jetzt nicht natürlich bis nächste woche ist hoch wenn ihr mit von bock jetzt hier mich hinzusetzen und zu gucken weil ich alles brauchen sagt wir vertagt gut was machen wir denn jetzt ich habe schlangen ist level 35 bist doch noch da ok in der schönsten drin also soja stimmt ich habe mir die tafeln kurz angeguckt ihr die dinger die war nicht aktiviert haben gut dran habe ich noch einen tragen 32 ja schon mal gutes zeichen ich wollte auch ein bisschen mal so viel schaden mein gott ist ja raus schon wieder blutblasen ja anscheinend schon wieder langsam zusammengeknöpfte notiz ich habe eine quest gefunden ja ich habe mit der leiche interagiert und der netzer knöpfte notiz hinterlassen auch stärker ich glaube nicht dass wir das wollen noch stärker werden dann ja doch dann wird das spiel ja noch leichter also die notiz eingesammelt ja okay wir noch stärker werden dafür frage ich bin noch nicht da gibt er noch höhere level liga dann sind sie mal machen wenn deswegen schaffen wir den zuckertypen nicht da muss ich mich ja wieder hinsetzen und gucken hier soweit dafür fahrt ich gehe und also hatte schon lange nicht mehr gemacht deren knoten sind ja nur noch zwei die mich interessieren aber mich gibt es auch nicht so interessante wenn ich ganz ehrlich bin jetzt sind ja die ganzen kleinen die goldenen sind ja auch relativ gut einige von denen geben irgendwie mehr schaden im messer kamen und also was man sich ja auch darüber nachdenken noch mal da der hat feuer der kerl war hau reingerannt bei der feuer reingratt aber ja und auf der blase die blase auf die blase die blase ich kann doch schon nein ich komme gleich angegriffen ich weiß nicht warum ich meine ich weiß nicht warum ich meine tornt eingesetzt habe hier ging die blase da kommen wir los blase ja wenn das mal so funktionieren würde gott ich habe nur drei trink sich mal passiert war das ein trank ich habe mich einfach nur ein und stirbt hatte die tun ich mein cool down zurücksetzen naja mach mal auf muss ein schlüsseln bestes machen daher naja ja ich mache da mal aus kann ich nicht und die blase mein gott politik da ist noch einer okay man und schwert lehren ist ein ressourcen es kann schwingen und schwingen und schwingen ich habe ja nur ein angriff der ressourcen verbraucht ist ein bisschen lahm da unten ist ein weiner zwei wasser man war der macht teuer ich habe mich darum gebracht ich brauche aber wir sind ja doch schnell nein ja komm mal her jetzt kann ich an nachdem hat mich gekehrt hatte ich bin ein feuer ich habe keine tränke ich mach mal ein bisschen zurück ich bin tot das ist eine blase im schein das war die blase man kann eine platte gesehen ein bisschen und sind da drei leute wir trennen euch von der meute ich habe keine trinke schaffst du dennoch ich habe keine trinke das ist nicht so gut du hast ein golem und deine soldaten es wird okay jetzt sind ja auch weg ja ich wollte sagen beim wm kriegen wir eigentlich alle tränke zurück jetzt erscheint nicht mehr ja ich habe jetzt auch noch wieder noch fünf jetzt nur fünf wer wagt diesen kleinen feuerball auf uns zu werfen okay sind diese dinge da war tränke na na ich kann raus weit war man den formaten wir schon schaden ich bin da reingegangen wir hatten nicht voller ap ich muss warten ich glaube nicht also 160 punkte kriegen wir noch er ist nicht mehr genau nach level 70 80 80 schon noch laden voll 10 jahre ist dann ich beginne ja sagt er macht ja so viel schaden oh ja 9 anfang nicht starten dass wir mit dem vernechten für die waffe normal hat eben blutblase eingefroren ich bin noch nicht bereit also wagen so zieht mich ich schieb dich einfach nur in den raum ein gerannt was denn hier los ja genau so aber gefällt mir nicht ja ich gleich auch nein jetzt aus der weg ich habe noch einen trank ich kriege noch da und glaub feuertyp ausgegangen ist gestorben war ich war nicht bei dem blutblase geben ein paar sekunden hat an tank ich habe einer ist wieder weggegangen also so die ich neben dir Oh What Okay nein danke ich habe ja auch wir haben alle an die musklinger ah schon sagen wir waren auf der karte ok blase gibt es ja nicht was von von ratio farben für ich habe heute schon besiegt ja ich stehe schon längst schon wieder dieselbe rüstung einzigartig ich habe doch nicht habt ihr noch so gefängnis von karl die rum okay ich muss einige sachen reparieren der warte war die quest die gerade gesammelt haben die ist direkt hier vor dem ausgang von dem teil konnte man sich nicht irgendwie zum anfang des dungeons wieder teleportieren ja alles in der nähe von dem ausgang irgendwo hat er aus dem weg wir sind auf einer quest eine quest abzugeben der warte ist ich habe neun von zehn grausige gaben haben gaben gleich mal abgeben nein wir haben eine quest für dich bleibt hier mein gott war der schnell entfernt was noch nicht rein dann entferne ich den trimmer ja oder den trimmer gefunden ich kann ja noch von uns wegrennen ich mal gucken soll man sagt im lade wird schon gesehen willkommen in frieden ich habe sie geschickt ich bin so viel schaden ganz ruhig hier seid doch noch eine quest ihr seid jetzt sicher ich weiß nicht ob sie mich oder euch gesucht haben war immer schon ein drecksloch aber akzeptabel ist ein wenig der welt auch erobert jetzt sind alle auch ziemlich schiller hier jetzt ist keine zeit um zu trauern ich muss verschwinden euch würde ich dasselbe raten möge akarat mit euch sein immer so viele quäste im gebiet so das war ja noch war gar mein sammeln was hat hier hatte ich schon weg teleportiert ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich hinter dir herkommen muss er nicht sehe ich gar nicht aber gerade und bis ich bin ja statt also also mal ja ich wollte nur ein ding wir sammeln den baum ich hab wohl langgegangen gesehen er war lauter Giffen na klar ein geist aber wir sind beide aber bleiben ich bin ja einfach nur die ganze Zeit um bei ich bin ich bin ok dann zeit für den baum wenn die kugeln ich bin mein speer mit dem ganzen mal ich bin die schmiede bäumchen ob ich zu schnell gedrückt habe irgendwann eingeladen verdammt da kommen dort tempel zwei vermachte schwer hier nicht wenn die besser nö nö ist ein paar von dingen wie macht man hat jetzt besteht die vorschau also jetzt habe ich schon schon sagen wir beim ersten mal kannst du dann irgendwie so drehen wie du halt haben willst und da musst du überlegen wie du dahin gehen willst um alle sachen die du haben willst zu holen also ich tue jetzt mache ich mir noch keine gedanken ich muss sowieso wieder alles rückerstatten wenn ich halt so viel damit rausholen kann wie möglich wenn ich halt so viel damit rausholen kann wie möglich natürlich